Das ist ein klares Signal vom Körper, diese Neppis, das ist ein klares Signal vom Körper, hier ist jetzt Sense und wenn du jetzt mit 3 Espresso oder Energy trinkt, da wieder drüber gehst, dann kannst du das noch 10 Jahre machen und dann setze ich dir eine richtige Blutklänge, wenn du das nicht checkst, der Körper spricht dir mit dir.